Quadro-Vollauszüge sind unsere hochwertigsten Auszüge für Holzschubkästen. Da Schubkästen mit Quadro-Vollauszügen komplett ausziehbar sind, bekommt man einen optimalen Zugriff auf den Inhalt. Zudem werden die Auszüge unter dem Schubkasten montiert, sodass sie von oben und von der Seite nicht gesehen werden. Das im Auszug integrierte Dämpfungssystem Silent System lässt den Schubkasten leise und sanft schließen und sorgt dadurch für angenehmen Komfort in jedem Wohnraum. Im Baumarkt gibt es Quadro-Auszüge für vier verschiedene Schubkastenlängen, für 400, 450, 500 und 550 mm lange Schubkästen. Wenn Sie beim Selbstbau von Möbelstücken Quadros einsetzen wollen, dann sollten Sie darauf achten, dass der Korpus immer mindestens 13 mm tiefer ist als die Länge des Schubkastens. Des Weiteren sollten Sie beim Anschrauben der Quadros einen Abstand von 37 mm zwischen der ersten Anschraubposition und der Korpusvorderseite lassen. Bei Möbeln mit einer vorgebohrten Lochreihe ist dieses Maß in den allermeisten Fällen Standard.